hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge wir gehen noch mal zurück ja haben ja jetzt dieses ventil wir fahren noch mal zurück wenn wir da heil ankommen sollten bevor wir irgendwo anders hinfahren denn mich interessiert das halt camp b mich interessiert das wegen dem feuerofen und komm du bist drauf ja ich hoffe mal dass wir jetzt unterwegs kein unfall bauen ich hoffe es zumindest also mal wie langsam fährst du hier komm ins stück noch ja komm ja ach so ich muss also muss ich da weiter boah meine güte sagt mir das doch einer da wäre ich jetzt nicht extra zurückgefahren also muss ich ins camp b und wir fahren wieder eisenbahn jetzt müssen wir aber aufpassen denn das zeigt in die richtung wir müssen das ja umlegen genau einmal über die brücke rollen komm hundi aber das wird nur böse enden heute noch hier was war das für ein ruckler da ist irgendwas ja Hier waren wir doch schon Das verstehe ich jetzt nicht Oder muss ich... Oh, ich muss bestimmt den Weg zu Fuß gehen Komm mit, Hund Ja, dann gehen wir halt den Weg zu Fuß Hab ja sonst nichts zu tun Äh, okay Okay Was jetzt, wo lang Hier geht's nicht weiter Ach, hier Da ist was Da Äh, so Sehr schön Ist hier noch irgendwas Ein Foto Mal wieder ein Foto Von einem Jack Ja, dann würde ich sagen Ab zurück Jetzt haben wir die letzten Bauteile Okay Wir fahren die kurze Strecke Oh, lecker So Hier sind wir wieder Äh, wir werden jetzt auf jeden Fall Schon mal das Gleis umlegen Bevor wir das vergessen So, und jetzt kümmern wir uns um den Ja, Ofen Es muss im grünen Bereich bleiben Ja, komm Das ist recht entspannt So, ne, wir machen den Ofen hier noch aus Den Ofen möchten wir noch ausmachen So, da ist er wieder aus Ja, und die Eisenbahnfahrt geht weiter So, da gucken wir mal Ich möchte nicht weiterfahren Und schon wieder eine Brücke Yay Es sieht schon geil aus Von der Grafik her Aber Es macht Angst Oh, lol Wird's gerade Tag? Ach, stimmt Hier waren ja diese wunderschönen Monster Die mir nichts mehr anhaben können Geil Ja Arschloch Just a little further Oh, Gott Oh, Gott Just a little further Oh, Gott Nein 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 Scheiße Scheiße Das war jetzt echt eine Überraschung Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben Dann lasst Kommentare Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video Bis dann, bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye, bye Bye Buh Tau 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 Untertitelung des ZDF, 2020